Der dunkle Parabelritter mit seinem neuesten Werk Angriffe auf Politiker eskalieren. Kontroverser Joke, aber ich persönlich fand das eher mit Walter Lübcke eine tatsächliche Eskalation. Dass Politiker beim Wahlplakate oder Menschen beim Wahlplakate aufhängen, angegriffen werden von Neonazis. Das ist ja ein altbekanntes Problem. Leute, ich will mal ganz ehrlich zu euch sein. Ich bin heute Nacht aus Hamburg heimgefahren. Vielleicht merkt ihr noch an meiner Stimme, wie wild die letzte Nacht war. Und ich hatte jetzt eigentlich richtig Bock, mal wieder so ein richtig lässiges Video aufzunehmen. Ja, was mit Katzenbabys. Irgend so ein richtig egaler Beef zwischen C-Promis. Oder mal so eine schöne, saftige Verschwörungsgeschichte. Ja, was unser Halsames. YouTube 2012 Style. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Glaubt mir das bitte. Aber die Ereignisse im Land werden immer dramatischer. Es ist etwas gekippt in Deutschland. Man muss es schon einen erschreckenden neuen Trend nennen. Angriffe auf Politiker, allen voran Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke. Der Freitagnacht krankenhausreif geschlagen wurde. Ich finde, wir dürfen das nicht ignorieren oder wegsehen. Und dass das schon lange kein Einzelfall mehr ist, das sehen wir jetzt. Angriffe auf die Demokratie, wie der Kulturkampf auf die Straße übergreift. Weiß ich nicht, Diggi. Vielleicht haben wir unterschiedliche Ansichten, was Kulturkampf ist. Der Kulturkampf hat da mit Sicherheit eine Rolle gespielt für die Radikalisierung und für die erhöhte Gewaltbereitschaft innerhalb der Bevölkerung. Aber ich glaube nicht, dass der angegriffen worden ist, weil er gendert. Ich glaube nicht, dass der gendert. Na ja, mal gucken. Viele von uns einen schönen Abend mit Freunden, Familie oder Männerlords. Aber es gibt auch Menschen, die zu dieser Uhrzeit im Wahlkampf mit anpacken. Olaf Scholz hat ja andere Dinge zu tun, als sein Gesicht an Straßenlaternen zu hängen. Wahlkampf funktioniert nur mit ganz vielen Helfern. Menschen, die mit Leidenschaft für die Demokratie anpacken, Überstunden leisten, Wochenenden opfern. Freitagnacht wurden einige von ihnen dann offenbar gezielt angegriffen. Matthias Ecke, der Spitzenkandidat der SPD in Sachsen für die Europawahl. Ist ja auch fucking wild zum Beispiel, dass die ganzen Trottel, ich habe von vielen, vielen, vielen Leuten gehört, dass Plakate der MLPD in Ostdeutschland hängen bleiben, während Plakate der Grünen abgerissen werden. Und zwar von Rechtsextremisten. Also Rechtsextremisten sehen in ihren Werten, verblendet von dem, was derzeit passiert, die Grünen für das größte Problem. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Na jetzt los, spiel ab das Video. Der hängt Plakate auf, als vier Unbekannte auftauchen, ihn beschimpfen und dann unvermittelt beginnen, brutal auf ihn einzuprügeln. Ecke muss ins Krankenhaus, er muss operiert werden. Er hat unter anderem einen Bruch der Augenhöhle erlitten. Komplett geistesgesteuert, wirklich. Komplett krank. Die zarte Hand des freien Marktes berührt mich an Stellen, die mich mannigweitig spüren lassen, empfinden lassen. Ihnen herzlichen Dank, Nobody, für weitere 50 Community-Subgifts. Und falls du das irgendwoher geklaut hast, lass dich nicht erwischen. Also beim besten Willen, kein Joke, Leute. Für uns wirst du immer ein Somebody sein. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt, ja. Das kann man nicht abtun. Das ist schwerste körperliche Gewalt, die da angewendet wurde. Drei Tage später, am Montag, postet er dieses Bild. Das zeigt, wie sehr er zugerichtet wurde. Die Karlere. Dem wurde ganz schön in die Fresse eingetreten. Das kann man, denke ich, so sagen, ja. Nimm mal ein Geld. Und dazu schreibt er, ich bin überwältigt von eurer Anteilnahme und Solidarität. Das tut wirklich gut und gibt Kraft. Es geht hier aber nicht nur um mich, sondern um alle, die sich aus Leidenschaft politisch engagieren. Niemand soll in einer Demokratie fürchten müssen, seine Meinung zu sagen. Offenbar aber leider schon. Denn die gleiche Tätergruppe soll nur kurz zuvor auch ein Team der Grünen attackiert haben. Sie schlugen auch unserem Helfer ins Gesicht, traten auf ihn ein. Gott sei Dank wurde er nicht so schwer verletzt wie Herr Ecke. Er konnte nach ambulanter Behandlung durch die herbeigerufenen Rettungskräfte nach Hause gehen, sagte der grünen Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann der BILD-Zeitung. Wir waren eigentlich gerade schon fertig mit dieser Folge und da platzten diese Meldungen rein. Berlins ehemalige Bürgermeisterin Franziska Giffey wurde angegriffen und leicht verletzt. Was für eine erschreckende Taktung, mit der das aktuell passiert. Und in Dresden ist am Dienstag erneut eine grüne Wahlhelferin angegriffen worden. Laut Polizei wurde sie beleidigt, bedroht und bespuckt. Und ich sag's euch, wie es ist. Mich überrascht nicht, dass ich dieses Video hier machen muss. Dass solche drastischen Fälle irgendwann passieren. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde nicht, dass jedes Wahlplakat, das von ein paar Betrunkenen aufgehübscht wird, gleich als ein Angriff auf unsere Demokratie gewertet werden muss. Don't get me wrong, es gilt trotzdem offiziell als Straftat, Boys and Girls, okay. Aber das, diese gewaltsamen Übergriffe, die sind eine völlig andere Dimension. Plakate sind ja quasi Frontend. Die Reise mit der roten Sonne begann vor 38 Monaten mit einer Reaktion auf Justin Pesodekalere. Vor 38 Monaten, da habe ich keinen Justin mehr geguckt. Ich wohne jetzt mittlerweile schon im vierten Jahr in Irland. Und in Irland habe ich keine Justin-Videos geguckt. Also, die, die, da müssen wir, Justin-Videos habe ich vor fünf, fünf Jahren oder so geguckt. Da ist mal ein Justin-Video hier reingeschnuppert. Das Wahlkampf. Sehen wir jetzt hier, wie sehr sich die Stimmung auf der Straße wirklich erhitzt hat? Oder ist es eher so, dass wir unterschätzt haben, wie weit politische Akteure bereit sind zu gehen, um ein Zeichen zu setzen? Das ist übrigens kein exklusives Problem der Grünen oder der SPD. Am Samstag soll es in Niedersachsen auch einen Angriff auf einen AfD-Politiker gegeben haben. Oh doch, vielleicht das, wo er in seinem Bürogebäude unterwegs gewesen ist. Also auf Keck-Basis. Ja, ja, kann sein, doch. Ein 21-jähriger Mann sei mit einer bislang unbekannten weiblichen Person zunächst am Wahlkampfstand in einem Boot vorbeigefahren. Dabei hätten sie Eier in Richtung des Standes geworfen, die aber wohl ihr Ziel verfehlten. Laut Polizeibericht kam der Mann zurück. Die Situation eskalierte weiter und am Ende soll der AfD-Locke geschlagen worden sein. Auf Facebook postet er ein angebliches Beweisfoto. Schon am Donnerstag soll der AfD-Locke geschlagen worden sein. Auf Facebook postet er ein angebliches Beweisfoto. Schon am Donnerstag gab es noch einen Angriff auf zwei Grünen-Politiker in Essen. Alles innerhalb von drei Tagen. Und das sind nur die Taten, die jetzt wirklich mal Wellen geschlagen haben. Im Fall von Matthias Ecke wurden mittlerweile offenbar zumindest die Täter ermittelt. Es sind laut LKA Sachsen vier Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren. Nach Recherchen der freien Presse hatte sich ein 17-Jähriger mit seiner Mutter bei der Polizei gemeldet. Im Anschluss wurde das Handy durchsucht und offenbar eine Gruppe in einem Messenger-Dienst entdeckt, in dem sich zur Tat verabredet wurde. Aktuelle Ermittlungen zeigen, dass einer der Beschuldigten der Kategorie politische Kriminalität rechts zugeordnet werden kann, sagte LKA-Sprecherin Sylvain Reiche der freien Presse. Nach Informationen der MDR-Investigativ-Redaktion ist mindestens ein mutmaßlicher Täter als AfD-Sympathisant zu charakterisieren. Er soll an Demos der AfD und der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen teilgenommen haben. Ein weiterer mutmaßlicher Täter soll einer rechtsextremen Gruppe mit dem Namen Elbland-Revolte nahestehen. Leute, im Angriff auf Matthias Ecke, da könnte eine Zäsur liegen, weil das eine gefährliche Botschaft ausendet. Und die lautet, es gibt keine Grenze mehr. Wer sich für diese Demokratie einsetzt, vom Politiker bis zum engagierten Unternehmer, soll jetzt offenbar im Hinterkopf haben, dass dieses Engagement gefährlich ist. Das schreibt der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT in einem Kommentar. Und solche Angriffe sind bedrückend. Denn grundsätzlich wissen wir ja, Demokratie funktioniert nur, wenn niemand Angst haben muss, mitzumachen. Doch die Grundstimmung wird offenbar immer bedrohlicher. Also wie gehen wir damit um? Und führt das unweigerlich zu einer Selbstzensur, einer Selbsteinschränkung? Gegen die Angst hilft erstmal zusammenstehen. Ein Zeichen setzen. Vielen Menschen war es wichtig, Solidarität mit den Angegriffenen zu zeigen. Also kamen laut Polizeiangaben rund 3000 Menschen zur Solidaritätsdemo im Dresdner Stadtteil Striesen. Also ganz in der Nähe des Tatorts. Unter ihnen auch SPD-Vorsitzende Esken, Sachsens Innenminister Schuster von der CDU und die Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt von den Grünen. Aber auch in Bernau, Potsdam und Berlin gab es kurzfristige Demos mit laut Polizei insgesamt 2000 Teilnehmern am Sonntag. In Berlin haben dann Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und... Ja, Silencing-Effekte sind echt, mal sehen, ob der Ritter die Studien gefunden hat. Du brauchst doch keine Studien dazu, um... Du brauchst ja... Also man muss ja keine Studien lesen, um zu realisieren, dass... Moment mal, wenn ich mich für die SPD oder die Grünen zum Plakatieren auf die Straße begebe in Sachsen und dann zusammengeschlagen werde, dann mache ich das wahrscheinlich nicht nochmal. Oder überhaupt nicht. Da braucht man ja keine Studien zu. Das ist ja... Da braucht man ja einfach nur ein bisschen... Ein bisschen Gespür. Das ist Cancel Culture. Wenn es rechtsextreme Gruppierungen gibt, die Leute beim Plakatieren angreifen, dann gehen weniger Leute plakatieren. Leute werden mundtot gemacht. Durch Gewalt. Das ist sehr effektiv. Und CDU zusammen für Insta posiert. Okay, das ist auch nett und gut. Macht das Gesicht von Matthias Ecke jetzt aber auch nicht direkt heil. Ecke scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen. Gute Besserung an dieser... Dass Wahlplakate überhaupt noch funktionieren, ist wild. Ich würde fast sagen, dass ein viel zu großer Anteil der wählenden Bevölkerung nichts von Wahlen mitbekommen würde, wenn keine Wahlplakate hängen würden. Und was soll ich sagen? Wir leben in der Timeline, in der sich unser Wirtschaftsminister per TikTok zu aktuellen Problemen meldet. Diese Angriffe, die sind kein Privatproblem. Ja, das ist nichts, was ich kritisiere. Das ist etwas, das ich lobe. Robert Habeck ist eine Pfeife. Also, was heißt eine Pfeife? Privat würde ich mit dem chillen. Ich würde mit Robert Habeck privat befreundet sein, auch privat mit dem chillen. Ich finde seinen politischen Auftritt innerhalb der Grünen pfeifig. Aber nicht Robert Habeck als Mensch. Den finde ich schon ganz cool. Aber das ist das Allerletzte, was ich an ihm kritisieren würde. Dieses selbstverliebte, blöde Scheißgelaber, dass sich Politiker der Grünen jetzt auch auf TikTok äußern. Ja, auf TikTok erreichen sie junge Menschen. Wenn wir uns Studien anschauen. Entschuldigung, jetzt spreche ich selbst Studien an. Ich will doch kein akademischer Pisser sein. Grüße an die rote Sonne, den schwarzen Kahn, die grüne Tonne. Wenn wir uns anschauen, was junge Menschen derzeit in ihren Köpfen rumschwirren haben, dann müssen wir bedauerlicherweise feststellen, dass da sehr viele junge Menschen sehr rechte Gedanken in ihren Köpfen haben. Die am meisten gewählte oder als wählbar bezeichnete Partei von jungen Menschen unter 30-Jährigen ist die AfD. Die hat die Spitze übernommen. Die hat FDP und Grüne abgehängt. Es ist AfD, die gewählt wird von jungen Menschen. Warum? Warum? Weil die politische Meinungsbildung junger Menschen derzeit wo mitunter passiert? Auf TikTok. Und weil sich alle Linken, aus welchem Grund auch immer, vor TikTok scheuen und sagen, nee, also TikTok nutze ich nicht. Ja. Viel Erfolg, die Leute bei euch ins Plenum zu bekommen. Ich finde das richtig. Ich finde das richtig, dass sich ein Außenminister, dass sich eine Außenministerin und dass sich ein Wirtschaftsminister wie Robert Habeck, dass sie sich auf TikTok hinstellen und sich da zu der Scheiße äußern. Das finde ich richtig. Gary Nonn, vielen herzlichen Dank. Immer weitermachen. Immer weitermachen, nicht aufhören. Vielen herzlichen Dank für die ersten fünf und hoffentlich vielen Millionen Community Subgifts. Dankeschön. Wenn wir die Grenzen unseres Planeten durchbrechen und uns über das Universum ausbreiten, könnte der Kapitalismus sich bis ins Unendliche ausbreiten, sodass sich irgendwann der Kapitalismus parallel mit dem Universum ausbreiten könnte. Der unendliche Markt regelt alles. Boah, hat mich schon ein bisschen geil gemacht, der Satz, muss ich sagen. Hat mich ein bisschen geil gemacht, aber auf der anderen Seite ist auch die einzige Möglichkeit, wie der Scheiß noch weiter funktioniert. Wenn wir nicht langsam anfangen, Kohle und eine Atmosphäre woanders zu finden, dann wird's eng. Sie gehen uns alle an. Es sind Angriffe auf die Rede- und Meinungsfreiheit in diesem Land. Die Grünen kennen das Problem eben auch. Und nicht nur Bundespolitiker haben von dem Vorfall mitbekommen. Wir sollen eingeschüchtert werden. Wir sollen uns nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wofür wir stehen. Aber das wird nicht passieren. Ja, ich würde mich persönlich auch schämen, wenn ich vor einem grünen Plakat stehe und sage, ich zeige, wofür ich stehe. Aber das ist was anderes. Was das angeht, stehen wir beide gegen rechts. Hoffentlich. In dem Sinne habe ich gerade das erste grüne Plakat in meinem Dorf aufgehangen. Ich finde, das ist nach so einem Wochenende nicht selbstverständlich. Denn es hat ja gezeigt, dass es mitunter richtig gefährlich werden kann. Ein gewalttätiger Angriff auf eine demokratische Partei, Leute, Das ist ein Angriff auf die Demokratie als... Bei mir sieht das TikTok ein bisschen anders aus. BMW, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die ersten fünf von hoffentlich vielen, vielen Millionen Community Subgifts. Und ja, Genossen und Genossinnen, meine Hand ist tatsächlich so groß. Ich habe Pfannenhände, Freunde. Ich hätte das gleiche TikTok gemacht, allerdings hätte ich am Ende nicht gesagt, und deswegen habe ich das erste Plakat der Grünen in meiner Gemeinde aufgehangen, sondern ich hätte gesagt, und deswegen habe ich das letzte Plakat der Grünen in meiner Gemeinde abgehangen. Solches. Denn die psychischen Auswirkungen, die das hat, die kann man nicht von der Hand weisen. Man hört sich aus den Worten heraus. Wir sagen immer, wir machen weiter und wir lassen uns nicht einschüchtern. Warum gibt es noch keine Videoverbreitung auf Instagram von dir? Weil mir Instagram egal ist. Die Leute, die auf Instagram unterwegs sind, sind mir als Zielgruppe total egal. Junge Menschen sind auf TikTok. Die Leute, die auf Instagram sind, sind irgendwelche Foodblogger und Leute, die sich Frauen in engen Sporthosen anschauen wollen. Und da bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht so ganz interessiert drin. Also enge Sporthosen, ja, aber halt Foodblogger nicht. Mich hat Instagram tatsächlich wütend gemacht, weil Instagram zu 90% aus reisenden Influencern bestand. Ich habe jeden Tag, wenn ich auf Instagram unterwegs gewesen bin, so einen Pisser gesehen, wie er sagt, auch Dubai erste Klasse ist mega geil, ist ein Lebenstraum von mir. Endlich mal erste Klasse nach Dubai. Aber natürlich passiert etwas, wenn man angegriffen wird. Instagram schränkt politischen Content auch massiv ein. Was die sehr viel schlauere Begründung wäre, aber da wissen wir ja beide, dass ich dafür noch nicht genug Billie Eilish höre. Oh Mann. Ich gebe mir Mühe, ich höre viel Billie Eilish. Ich mag Billie Eilish. Ich werde immer mehr zu einem Billie Eilish-Fan. Und ich weiß, ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, wo ich nicht mehr sage, ich schäme mich dafür. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich höre Billie Eilish. Ja, ja. Wenn man mit Gewaltbedrohung leben muss, natürlich schüchtert das einen an. Diese Einschüchterung, der können wir nur begegnen, wenn wir zusammenhalten. Das richtet sich... Kein Swifty? Nein, 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 nein. Billie Eilish ist meine vegan Queen, muss ich sagen. Billie Eilish ist meine vegan Queen. Natürlich einerseits an uns alle, aber wir sollten nicht vergessen, wie viele politisch aktive Menschen sich denken, nicht, dass mich jemand um die Ecke bringen will. Too soon? Ah, da kommt noch eine Wortmeldung der AfD. Jörg Orban, Chef der AfD in Sachsen, hat dem MDR gesagt, seine Partei erlebe... Sollte man AfD-Plakate entfernen? Sehr gute erste Frage. Niemand würde davon ausgehen, dass du jemand bist, der jetzt da sitzt, um das dann zu klippen, um dann auf Twitter zu verbreiten, dass ich wieder einmal einen Aufruf zu Straftaten mache. Bei mir gab es und gibt es keine Aufrufe zu Straftaten. Selbst häufig Angriffe auf Wahlkampfstände. So sei am Sonnabend ein Wahlkampfstand in Dresden umgeworfen worden. Das ist die richtige Antwort, ist also, das ist illegal, also nein. Es ist die allgemein aufgeheizte politische Stimmung, dass man versucht, sich gegenseitig schlecht zu machen und auf sachliche Inhalte einzugehen. Da sind Parteien wie die SPD auch mit dran schuldig. Und erst recht, niemals Plakate der AfD abhängen, zwei Wochen warten, sie dann wieder aufhängen, Bild machen und dann die AfD anzeigen. Das sollte man niemals machen. Ushivi, vielen herzlichen Dank für 5. Vielen herzlichen Dank für 5 Community-Subgift. Das ist hochgradig verdient und es bedeutet mir eine Menge, weil es die ersten 5 von hoffentlich vielen, vielen Milliarden sind. Danke dir, danke dir. Ich habe ja gesagt, ich sehe für mich persönlich Anfang 2025 nur zwei Möglichkeiten, wie ich meinen Content weitergestalte. Entweder sage ich, meine Lösung heißt Stalin und jetzt lasst mich in Ruhe oder ich mache nur noch IRL-Streams aus dem Bugatti und sage, ja, genießt das Leben, solange ihr es noch habt. Es ist eins von beiden wird passieren. Und danke dir, Nobody, dass du deinen Teil dazu beiträgst, dass es ab 2025 IRL-Streams von mir gibt. Weil sie die sachliche Debatte sehr oft verlassen. Ist das schon eine Täter? Beckerchen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch dir für 5 Community-Subgift. Muchas gracias. Hey, hey, hey. Ich finde es sehr unfair, dass ihr Pepo Burn Money in den Chat postet, während Leute hier ihr Geld gut investieren. Ich halte das für unangemessen. Ein sehr unangemessenes Emote, wenn Leute Subs giften. Hallo, Nemesis, lass dich nicht abbringen von den Hatern da draußen. Lass dich nicht ab... Lass dich nicht... Lass dich von diesen ganzen dämlichen Hatern da draußen nicht abbringen. Auch dir, Tier BSE. Lass dich nicht abhalten von den Hatern da draußen, die dir sagen wollen, was du mit deinem Geld zu machen und zu lassen hast. Lass dir die grüne Meinungsdiktatur nicht gefallen. Wehr dich dagegen. Wehr dich dagegen und gehe mit deinem Geld selbstbestimmt um. Lass dir von diesen ganzen linksliberalen grünen Systemlingen nix erzählen. Die gendern auch bestimmt. Die meisten, die das jetzt in den Chat reinposten. Die gendern auch. Dankeschön. Mini-Faction. Für die ersten fünf von hoffentlich vielen hunderten Millionen Communities-Subgift. Muchas gracias. Auch dir, Bimondo Mike. Danke für den Sub. Und Nobody, mein Freund. Du lässt dir sowieso nix sagen. Du bist ein Macher. Du bist ein Mann. Oder eine Frau. Oder non-binär. Es ist mir eigentlich egal, was du bist. Aber du bist ein Macher. Du bist ein Tour. Du bist ein Bringer. Du bist ein Erfolg. Ein Erfolg nicht nur für mich, sondern für die gesamte Partei. Vielen herzlichen Dank, Nobody. Vielen, vielen Dank. Rubbel die Katze-Fraktion. Auch du hast ein Zeichen gegen die aktuell mainstreamige Meinungsdiktatur gesetzt und lässt dir nichts erzählen. Gar nicht. Du lässt dir gar nichts erzählen. Du bist ein einsamer Wolf, der nichts braucht, außer dich selbst und mich. Ist Mars ein Nazi? Kennt ihr diesen Clip? Wartet mal. Kennt ihr diesen geilen Clip? Da sehe ich mich auch Anfang 20, 25, muss ich ganz ehrlich sagen. Wartet. Diese Emotionen versuche ich noch zu faken. Ich übe jeden Abend fleißig vor dem Spiegel, aber es endet dann immer in einem wilden Masturbationsfest. Aber wer will es mir absprechen, wenn ich mich im Spiegel sehe? Jedenfalls ist dieses Video hier absolut fantastico. Alter, Nilion, was zur Hölle? Wie viel tweetest du? Was ist falsch mit dir? Nilion ist durchgehend online. Es ist einfach auch nicht mehr... Ich fühle mich... Ich sage ja immer, Nilion ist das, was ich bekommen würde, wenn ich mal ein Kind kriege. Ein direktes Resultat meiner Worte und meiner Erziehung. Und ich bin da sehr stolz drauf auch. Also versteht mich nicht falsch. Aber ich würde die Internetzeiten derzeit einschränken. Wo ist denn dieses verkackte Video? Ach nee, das war gar nicht Nilion. Das war Dead Rabbit, der andere Ehrenmann. Wie heißt denn Dead Rabbit jetzt bitte auf fucking Twitter? Entschuldigung, Miri. Dead Rabbit. Es gibt ungefähr auf Twitter 100 Milliarden Dead Rabbits. Also wirklich 100 fucking Milliarden. Da! Dead Rabbit 96. Oh Gott, du bist es einfach. Das hier ist das fucking... Das hier ist das Video, wo ich inhaltlich hingehen möchte. Auch von den Emotionen her. Das soll unsere Beziehung sein. Zwischen dir, also jedem Einzelnen, der da draußen zuschaut. Wir sind keine Gemeinde. Hier gucken... Dieser Stream ist nur für dich. Für dich. Für keinen anderen. Dann was die fuck ist stopping uns from just throwing ourselves off a bridge and giving up and saying, yeah, the planet is dying. The government hates us. The animals are leaving. The aliens aren't content. Das ist gut, Alter. Der Song ist aber auch so fucking killer. Das ist so ein fucking killer Song. Wo ist denn dieses... Wie heißt denn dieses... Jetzt muss ich auch gucken, wie das heißt auf TikTok, Alter. Da gibt's auf TikTok... Gibt's diesen Erwachsenen, der so tut, als wäre er... Als wäre er ein Teenager in seinem Raum und mit seinen Emotionen versucht umzugehen. Wisst ihr welches... Wisst ihr welchen ich meine? Nicht Nathan. Nicht Nathan und auch nicht Harkon. Das ist... 100%... Ne, der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Das ist so ein Typ, der so... Oh, ich hab das letztens schon mal gezeigt. Aber ich hab das nicht euch gezeigt, sondern ich hab das... Marvel ist auch nicht da. Jeder zweite Influencer über 30... Ach, Alter, dein dummes Maul. Influencer über 30 haben eine unglaubliche Daseinsberechtigung. Wo würdet ihr stehen, wenn es Gronkh und mich nicht gäbe? Kai Pflaume ist allerdings ein sehr gutes Beispiel. Kai Pflaume ist ein gutes Beispiel. Oh Gott, wie heißt das? Wie heißt dieser TikTok-Account? Der hat auch nur so 2000er Alternative-Rock-Songs. Und persifliert dann Teenager. Nein, nicht Montana Black. Auch nicht Phil Laude, der meint das ja ernst. Such nach Feld. Emo might delete. Ne, das ist... Oder? Nein, 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 nein. Das meine ich auch nicht. Ich find's jetzt nicht. Und jetzt zu suchen würde auch viel zu lange dauern, weil TikTok-Suchfunktion einfach eine komplette Katastrophe ist. Riesige Katastrophe. Übrigens, falls der Wichser mir auf den Sack gehen wird, weil ich es eben gelesen habe, ja, mein Mikrofon ist immer noch im Mülleimer. Ja, ich kaufe mir keinen neuen Mikrofonarm. Ja, das ist zu teuer. Ja, ich hätte das Geld, um mir das zu kaufen. Aber ich sehe es einfach nicht ein, mir so einen weiteren verfickten Mikrofonarm für 30 Euro zu kaufen, wenn es doch auch eine Mülltonne tut. Man sieht es kaum, es fällt kaum jemandem auf und es erfüllt seinen Zweck und ich hab einen Mülleimer direkt auf Kopfhöhe. Funktioniert doch super. Musst doch nicht immer alles neu kaufen. Kannst ja auch mal... Man kann auch einfach mal... Ich meine, wenn ihr sehen würdet, mit was... Also, guck mal. Das Ding ist, mittlerweile sind wir am Punkt angekommen auf Twitch, wo, wenn ihr ein Setup seht von so einem 100 Viewer-Andi, dann würdet ihr euch denken, mein lieber Scholli, wie viel Kohle stecken da bitte drin? Die streamen irgendwie für 70 Leute Fortnite und haben 33.000 Euro Setups. Das... Das ist... Das... Nein. Braucht man nicht. Alles Quatsch. Alles Blödsinn. Sag mal, finde ich auch interessant, ne? Der Vorsitzende eines als gesichert rechtsextrem eingestuften Landesverbandes wirft der SPD vor, die sachliche Debatte zu verlassen. Und ich finde es auch interessant, dass hier scheinbar gebrochene Gesichtsknochen auf der einen Seite und ungeworfene Stände auf der anderen Seite zu beobachten sind. Deswegen das Logo unten links. Ja, mit unter, ja. Deswegen hab ich hier ein Logo und hab's hier abgeschnitten. Damit diese ganzen Wichser, die hier reinkommen und sich denken, ach, guck mal, der Pisser hat seinen Mikrofonarm im Mülleimer stecken. Was ein Versager. Ja, nee. Ich lass mich vom Kapital nicht geißeln. Ich lass mich nicht von den Wichsern geißeln. Übrigens, falls ihr bei Greenforce eine Bestellung machen wollt, dann nutzt doch den Code Kevin30 für saftige Prozente. Ihr spart da 20% auf jede eurer Bestellung. Ab einer bestimmten Summe gibt's bestimmt auch kostenlosen Versand. Und da gibt's fantastisch, fantastisch schmeckendes, köstliches Pulver, das angerührt zu einer fleischähnlichen Masse wird aus Erbsen. Es ist der Wahnsinn. Ich lass mich vom Kapitalismus nicht geißeln. Mir kann, mir kann jedes profitorientierte Unternehmen den Buckel runterrutschen und ich werde keine 30 Euro für einen neuen Mikrofonarm ausgeben, solange ich hier eine Mülltonne habe, wo ich meinen verdammten Mikrofonarm reinstecken kann. Und ja, das mag ein bisschen albern aussehen, aber solange es steht, steht es. Und wenn ich's hier habe, sieht man's auch gar nicht. ...sinn. Ach ja. Ich meine, wir sind mal wieder an dem Punkt, politische Handlungen einzufordern. Nach gewalttätigen Angriffen auf Politiker in Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat der Chef der Innenministerkonferenz, Michael Stübken, CDU, aus Brandenburg ein informelles Treffen auf Ebene der Innenministerkonferenz. Ich bin mir sicher, du hast den schon längst bestellt. Ich würde... Lass uns 15.000 Euro wetten. Lass 15.000 Euro wetten, wenn ich mir einen bestellt habe, spende ich die und wenn ich keinen bestellt habe, spendest du die. ...vorgeschlagen. Oh, dann ist es Zeit für ein Problem in Deutschland existiert und aus dem Innenministerium kommt irgendetwas mit Rechtsstaatlichkeit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert im Vorfeld des Treffens mehr Schutz für die demokratischen Kräfte und mehr sichtbare Polizeipräsenz, aber auch eine härtere politische Auseinandersetzung mit dem rechten Rand. Rechtsstaatlich müssen wir jetzt mit mehr Härte gegen Gewalttäter und mehr Schutz für die demokratischen Kräfte handeln. Ach, Kerlchen, ich würde gerne mal einen Abend mit dir chillen. Das stellst du dir interessanter vor, als es tatsächlich ist. Du würdest dann hier sitzen und wenn du sagst, ach, Karl, lass doch mal über Politik sprechen, würde ich sagen, lass mich in Ruhe, ich spiele Hearts of Iron. Das ist legit... du stellst dir das interessanter vor, als es eigentlich wäre. Handeln. Diese cozy Zoom-Runde fand am Dienstagabend statt und normalerweise gibt es danach dann irgendwann so ein 5, 10 oder wie viele Punkte auch immer Plan oder irgendjemand sagt irgendwas mit Rechtsstaatlichkeit. Diesmal kam aber sogar noch etwas weniger raus. Man wolle härtere Strafen prüfen. Wunderbar. Wird den Wahlkämpfern in den ländlichen Regionen richtig viel helfen. Immerhin, der Innenminister Sachsens, Armin Schuster von der CDU, der war ein bisschen konkreter. Der hat eine enge Abstimmung mit den Parteien zum Schutz ihrer Wahlkämpfer angekündigt. Was wurde eigentlich aus dem Parteiverbot? Habt ihr irgendwie nichts mehr gehört? Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben ja eine Petition unterschrieben. Und wenn man Petitionen unterschreibt, dann muss da ja auch was passieren. Wir werden sicherlich nicht jeden einzelnen Wahlkämpfer beschützen können. Das geht schon rein zahlenmäßig nicht. Aber wir werden noch stärker Aber wir werden jeden einzelnen Linksextremen von der Straße prügeln. Das können wir. Rein zahlenmäßig. ...als bisher versuchen, eine kluge Raumdeckung hinzubekommen. Raumdeckung. Aha. Armin Schuster ist der Libero der Demokratie. Außerdem will er bestimmt eine Viererkette vor jede Plakatwand stellen. Lasst euch jetzt hier nicht verwirren, ja? Ich habe weiterhin absolut keine Ahnung von Fußball und solche Jokes schreiben mir mittlerweile Leute aus meinem Team in die Skripte, weil ich nämlich den Fehler gemacht habe, Fußballfans einzustellen. Aber die Frage ist, wieso zur Hölle brauchen wir Schutzstrategien für Leute, die Plakate aufhängen oder sich wie auch immer politisch engagieren? Gerade lokale Politiker, vielleicht solche, die Ämter ehrenamtlich übernehmen, also am Puls dieser Gesellschaft sitzen. Ja, weil das leider wieder mal nur der besonders schlimme Fall war, der es in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft hat. Nee, Alter, ohne Scheiß, ne? Wenn ich das lese, werde ich wüten. Bei mir ist das genauso. Hearts of Iron 4 macht echt ziemlich süchtig. Ich habe jetzt circa vier Unternehmer aufzureden. Also, du kannst nicht sagen, dass du Hearts of Iron spielst, weil es gibt Hearts of Iron-Spieler und dann gibt es Hearts of Iron-Spieler und die sind tatsächlich zu trennen. Es gibt tatsächlich zwei Arten, Hearts of Iron zu spielen und die könnten unterschiedlicher nicht voneinander sein. Es gibt, es gibt, der Großteil der Menschen spielt Hearts of Iron auf die erste Art und dann gibt es Hearts of Iron-Spieler wie mich, die wirklich Hearts of Iron spielen und das ist Gatekeeping, meine Damen und Herren und das ist Gatekeeping, dass ich verteidige, bis ich sterbe. We are not the same. We are not the same. Fucking 99% der verdammten Hearts of Iron-Community spielt damit Hitler und lebt damit seine scheiß Nazi-Fantasien aus. Das sind 99% der Hearts of Iron-Spieler da draußen. Und die hören auch das Lied, während sie das spielen. Kein Scheiß. 99% sind Tommy K. Der hat ja auch komplett seinen Verstand verloren. Sehr lieber Mensch, aber der sitzt da ja mit dem fucking Kaiserhelm und sagt die ganze Zeit, das ist übrigens nicht politisch, aber wir spielen jetzt mal modernes Deutschland und versuchen mit der NPD den Nationalsozialismus wieder nach Deutschland zu bringen. We are not the same. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Hearts of Iron spiele. Und jetzt komme ich. So spiele ich Hearts of Iron. Parkplatz-Simulator, wie ich es auch nenne. ich glaube, du baust ab 38, ab 38 baust du eine Verteidigungslinie Kiew und den Fluss lang und dann brauchst du zwei Divisionen mit T34, 12 und 18 und dann geht's Richtung Berlin, Freunde. Jalla! We are not the same, Alter. Es gibt Hearts of Iron Spieler und Hearts of Iron Spieler. Wenn ihr das fucking Hakenkreuz seht und euch denkt, ich würde auch ganz gerne mal Deutschland spielen, dann seid ihr nicht so wie ich. 4. Januar. Robert Habeck wird an einem Fähranleger in Schleswig-Holstein bedrängt. 2. Februar. Der Sohn eines AfD-Lokalpolitikers aus Dessau-Roslau wird überfallen. 18. Februar. Das Haus eines Thüringer SPD-Politikers wird in Brand gesetzt. 21. Februar. Bei einem AfD-Bürger-Dialog werden Türschlösser verklebt. 28. Februar. Vor dem Haus eines Grün-Politikers in Sachsen-Anhalt steht ein Erstmal die Ukraine einnehmen. Ey, Lappen. Ich find's ja immer beeindruckend, wie du's schaffst. Deinen eigenen Namen... Ich hab von dir bislang drei Kommentare, glaub ich, gelesen und die waren alle echt passend zu deinem Nickname hier auf Twitch. Welche Ukraine? Von welcher Ukraine sprichst du 1936? Ein Grabstein. 21. März. Ein Grün-Politiker wird erst beschimpft und später im Supermarkt angegriffen. Ende April werden mehrere Wahlhelfer verschiedener Parteien in Sachsen angegriffen. Und das ist hier ein Stakkato, das die Zeit zusammengestellt hat. Das sind nur einige Fälle in diesem Jahr, die bekannt geworden sind. Immer häufiger werden Politiker verschiedenster Parteien angegriffen. Das ist ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet. Aber offenbar schauen wir erst hin, wenn ein Politiker im Krankenhaus landet. Eine wichtige Frage, die ich habe, ist, gucken wir danach wieder einfach woanders hin, wie wir's gewohnt sind? Lassen wir uns gleich wieder vom nächsten Thema ablenken? Sonst war's ja aus meiner Sicht immer so, die vielen kleinen Aggressionen und Angriffe auf Politiker haben wir als Grundrauschen akzeptiert. Und bei den ganz krassen Fällen, wie dem Mord an Walter Lübcke oder als auf Wolfgang Schäuble geschossen wurde, eins der höchsten CDU-Tiere damals. Wegen dieses Angriffs saß er dann im Rollstuhl. Und alles andere sind dann Einzelfälle, ja? Wir müssen uns die Dimension mal klar machen. Die AfD hat im Bundestag eine kleine Anfrage gestellt, in der sie nach den Statistiken dazu fragt. Und die haben mich wirklich erschrocken, sag ich euch. Demnach hat die Polizei 2019 insgesamt 1420 Angriffe auf Politiker von Parteien aus dem Bundestag registriert. Während Corona stieg die Zahl dann auf 2840. Flachte es dann wieder ein bisschen ab und stieg zuletzt wieder auf 2790. Und die am meisten angegriffenen Parteien sind die Grünen, gefolgt von der AfD, der SPD und der FDP. Und ein paar Sachen sind mir auch noch aufgefallen. Bis 2021 war die AfD noch die am häufigsten angegriffene Partei. Diesen traurigen Spitzenwert haben die Grünen dann 2022 übernommen. Und ja Leute, ich weiß, es nervt ein bisschen, aber wir müssen uns die Daten nochmal differenziert anschauen. Von 2023. Die Daten sind nämlich nochmal nach Art des Angriffs aufgeschlüsselt. Einmal in Äußerungsdelikte, also Gepöbel und Beleidigung, so ein bisschen wie hier auf diesem Kanal. Und dann gibt es noch... Dann müsst ihr euch überlegen, dass diese Statistiken, die geteilt werden, wenn du einen AfD-Politiker einen Scheiß-Nazi nennst, dann landet das in dieser Statistik. Das müsst ihr euch überlegen. Also es ist in dieser Statistik total egal, ob du jemanden beim Plakate aufhängen, den Schädel einschlägt und den ins Krankenhaus prügelt, oder ob ihr den einen Scheiß-Nazi nennt. Wild, oder? Gewaltdelikte. Aber es find's gut, ne? Also solche Statistiken haben ohne Einordnung keinen Wert. Überhaupt keinen Wert. Hier waren Mandatsträger der AfD am häufigsten betroffen. 86 Fälle hat die Polizei registriert. Bei den Grünen waren es 62, bei der SPD waren es 35, Linke 20, CDU 19, FDP 10 und CSU zwei Fälle. Und noch was anderes ist mir aufgefallen. Es wird auch der politische Hintergrund der Tat erfasst. Ein paar Dinge sind erwartbar. Die AfD wird meist von Linken angegriffen, die Grünen meistens von rechts beleidigt. Bei den Gewaltdelikten gibt es aber auch besonders viele Fälle unter dem Label Sonstige Zuordnungen. Und unter diese Kategorie fallen in der Logik der Kriminalitätsstatistik zum Beispiel Querdenker, Corona-Leugner und Verschwörungsideologen. Ach, das sind ja alles nur esoterische Spinner mit ihren lustigen Aluhüten. Die muss man ja nicht ernst nehmen, oder? Die sind ja völlig harmlos. Dabei wissen wir gar nicht zu 100% genau, wie viele Übergriffe es tatsächlich gegeben hat. Denn in der Statistik wird nur erfasst, was logischerweise auch angezeigt wurde. Wie viele Beleidigungen, Bedrohungen, kleine Attacken sind der Polizei vielleicht gar nicht gemeldet worden? Gerade auch in Sachsen hat es in den vergangenen Jahren viele krasse Vorfälle gegeben. Anfang 2021 demonstrieren Menschen vor dem Zweitwohnsitz von Ministerpräsident Kretschmer gegen Corona-Maßnahmen. Und damit begann dann quasi eine Mode. Es gab Fackelaufmärsche vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsminister. Und weil Sachsen offensichtlich bei solchen Dingen auch Trendsetter ist, schwappte diese Idee dann auch in andere Bundesländer. 2023 wurde der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg zu Hause bedroht. Einen versuchten Aufmarsch vor dem Haus von Ministerpräsident Kretschmer, durchgeführt von den rechtsextremen Freien Sachsen, gab es später auch noch. In Leipzig wurde das Auto der Mutter eines AfD-Stadtrats in Brand gesteckt, nachdem vor einigen Jahren die Adresse auf einer linken Plattform aufgetauft war. Menschen zu Hause zu bedrohen, finde ich absolut widerlich. Es ist der wichtigste Rückzugsort für alle. Da muss man sich sicher fühlen. Und in diesen Raum einzudringen, ist eine besonders schlimme Form der Bedrohung, weil es suggeriert, du bist nirgends sicher. Wenn du eine falsche Entscheidung triffst, wir finden dich. Überlegt das mal für euch selbst, wie krass euch das einschüchtern würde, wenn das vor eurem Wohnhaus wäre, dass politische Gegner mit Fackeln aufmarschieren oder jemand eure Mutter bedroht. Jetzt werden Minister oftmals noch von der Polizei geschützt. Aber was ist denn mit den kommunalen Politikern? In den meisten ländlichen Regionen ist doch bekannt, wo der Bürgermeister wohnt. Die Distanz zwischen Bürger und Politik ist hier viel geringer und die nächste Polizeistation im Zweifel weit weg. Wenn also im Umgang mit Politikern etwas ins Rutschen gerät, spüren die es am meisten, am schnellsten als erstes, die Lokalpolitiker. Und ich sag euch, hier gerät die Demokratie wirklich unter Druck. Ich habe euch ein paar prominente Beispiele von bedrohten Politikern genannt. Alle Fälle aufzuzählen ist gar nicht möglich. Das wollte ich eigentlich machen und musste einsehen, dass auch mir das schiere Ausmaß nicht klar war. Eine Studie der grünnahen Böll Stiftung hat gezeigt, dass 60 Prozent der Kommunalpolitiker von eigenen Erfahrungen mit Beleidigungen, Bedrohungen oder täglichen Übergriffen berichten können. Und das völlig unabhängig von Partei, Geschlecht, Religion oder anderen Merkmalen. Über 2000 Kommunalpolitiker aus Großstädten wurden dazu befragt. Da waren die aus ländlichen Regionen nicht mal dabei. 60 Prozent! Das war ungefähr meine Trefferquote, wenn ich versucht habe, bei Physikklausuren das richtige Ergebnis zu raten. Aber auch da bin ich oft nur mit blauem Auge davon gekommen. Was mich aber extrem beeindruckt hat, ist der folgende Satz der Studie. Es kann jedoch festgestellt werden, dass die weit überwiegende Mehrheit der Befragten ungeachtet rauer Zeiten weiterhin für das politische Engagement zur Verfügung... Ey Lapp, mach mal einen Rand zu jetzt, ansonsten wirst du per mal gebannt. Faire Warnung. Ich bin ja Trolle ganz witzig, aber ich nicht. Das sind Leute, die ihre Freizeit opfern, um über irgendwelche Wassergefahr, Gehwegs, Grünbewuchs, Nachbesserungskommunal-Bla-Verordnungen entscheiden zu müssen. Die beschäftigen sich mit dem ganzen Kram, über den wir uns nur aufregen, wenn er nicht funktioniert. In Halle wurde schon wieder ein Innenstadtparkplatz abgeschafft. Nur die AfD hat protestiert. Na dann wähle ich die ab jetzt eben auch mal. Die sind nämlich die einzigen, die hier... Das höchste der Gefühle, als ich für die Partei Die Linke plakatieren war, war zum Glück nur Pöbeleien. War aber auch Leipzig-Süd, da ist es eher ungefährlich. Weil du nicht in Uniform unterwegs gewesen bist. Ansonsten wäre das nämlich in Leipzig-Süd für dich sehr gefährlich geworden. Ich verstehe das immer noch nicht, wie man irgendwie, keine Ahnung, Plakate für die Linkspartei aufhängt und sich dann abends denkt, ja, aber wenn morgen mein Arbeitgeber ruft, dann gehe ich für die NATO sterben. Es ist so, ist eher so ein bisschen, ich komme da noch nicht ganz drauf klar, aber ich habe mich damit abgefunden. Es passiert in den kommunalen Parlamenten die echte Demokratie. Ganz platt gesagt, wenn das nicht funktioniert, sind wir am Arsch. Und ich finde wirklich, dass das Respekt verdient hat und dass hier die Demokratie ganz konkret gerettet werden kann und muss. Denn nach den Angriffen auf die Politiker in Dresden ist jetzt natürlich die Befürchtung groß, dass sich weniger Menschen in der Lokalpolitik... ...Bündnis Gewalt gegen Politiker schreckt Bewerber ab. Ach, really? ...Politik engagieren wollen. Eigentlich müssten wir unseren ehrenamtlichen Ortsverstehern und Gemeinderäten meine... Warum ist eigentlich jeder ehrenamtliche Ortsversteher mit einer beschissenen Grillwurst auf Bildern zu sehen? Das ist also... ...Wurstbraten und nicht andersrum. So langsam tut sich aber auch was. In Baden-Württemberg... Das ist die deutsche Kultur. Ortwurstbraten. ...müssen auf den Wahlzetteln bei Kommunalwahlen nicht mehr die Privatadressen vermerkt werden. Als ich das gelesen habe, habe ich mich echt gefragt, aus welchem Jahrhundert stammt denn diese Idee. Hauptsache DSGVO haben, aber die Privatadressen von Politikern leaken. Deutschland mal wieder Peak-Performance hier. Wir haben dann noch jemanden aus der Praxis gefragt. Michael Salomo. Er ist Oberbürgermeister von Heidenheim und Vorsitzender im Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Es geht nicht darum, dass wir jungen Rathäuser mit schusssicheren Fenster ausstatten, sondern es ist wichtig, dass gerade die kommunalpolitische Ebene sich mit den Menschen im Austausch befindet, rausgeht, sich die Probleme und Nöte vor Ort anschauen. Ganz ehrlich, ich habe mich hier in Bayern immer recht sicher gefühlt, aber ich hatte eine Zeit lang einen kleinen Fack AfD sichtbar in meinen Autos, woraufhin meine Scheiben eingeschlagen greifen. Guck mal, allein der Satz, ich übersetze den mal. Ganz ehrlich, ich habe mich in Bayern immer recht sicher gefühlt. Übersetzt ins Deutsche heißt der Satz, ich bin weiß. Ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber so wie es momentan der Fall ist, dass es immer mehr Gewalttaten eben im politischen Spektrum gibt, das ist auf keinste Art und Weise akzeptabel. Fucking Bayern ist der losseste Ort auf diesem Planeten. In Deutschland. In Deutschland, nicht auf diesem Planeten. So, die Leute reden immer über das Problem von Rechtsextremismus in Ostdeutschland, während wir in Ostdeutschland zumindest einen antifaschistischen Gegenprotest haben. In Bayern ist der antifaschistische Gegenprotest, naja, also ich sag mal so, das gibt's ja auch, ja mei, ich muss gerade mal den, ich musste den ostdeutschen Akzent ablegen. Ja mei, es gibt doch Ausländer, die arbeiten, gell. Das ist, das ist, das ist so der antifaschistische Widerstand in Bayern. Bayern, das sagen wir mal, ja, die Kahlbrust. Es ist so, Bayern ist der fucking, ich meine, ihr habt einen eigenen Ableger der CDU, der euch seit hunderten Jahren allein regiert und das ist, und, und, den gibt es nur, weil die Original-CDU den Bayern nicht rechtsextrem genug ist. Was ist los mit euch? Die kristische Regierung will den Straftatbestand politisches Stalking einführen. Damit sollen entsprechende Bedrohungen auch im privaten Bereich von Mandatsträgern besser geahndet werden. Im Osten gibt's genauso viele Nazis wie im Westen, nur geht's denen im Westen so gut, dass sie CDU wählen gehen. Oder halt sich einen Ableger gesucht haben in Bayern. Das Ding ist, das Ding ist, dass die Anzahl der Nazis im Osten nur deshalb so hoch ist, weil, weil, also, ich, ich erklär mir das so. Also, persönlich erklär ich mir das so. Wenn du in den allermeisten Demokratie- und Politikverdrossenen westdeutschen Ländern unterwegs bist und sagst, hallo, sind sie interessiert am Nationalsozialismus, dann werden die sagen, nee, Alter, ein neues iPhone würde ich nehmen. Und wenn die nach Ostdeutschland gehen, dann realisieren die, dass da erstens ein paar mehr von denen sind und zweitens, die auch alle ein bisschen unzufriedener sind mit allem, was so passiert. Und Unzufriedenheit ist ja ein Nährboden für alle faschistischen Denkweisen. Das ist ja ein Knaller. Ey, Tweve, ich möchte übrigens eins sagen, ne. Erstens, ich finde es schön, dass du dir was schreibst. Und zweitens, ist eine offizielle, ist eine offizielle öffentliche Entschuldigung wegen dem Quatsch, den ich vor drei oder vier Jahren über dich erzählt habe, als ich einen Satz zu dir geäußert habe, der immer noch tief sitzt, glaube ich. Ich, äh, finde deine Ansichten sehr stabil, muss ich sagen. Ich, äh, ich glaube, dass der Zuzug von rechtsextremistischen Westdeutschen der Grund ist für die übermäßige Anzahl an Rechtsextremisten in Ostdeutschland. Die kompletten Parteispitzen oder Vereinsspitzen rechtsextremistischer Gruppierungen in Ostdeutschland sind Westdeutsche. Das sind alles Westdeutsche. Freie Sachsen, Westdeutsche Organisation, äh, fucking, ähm, fucking der dritte Weg, Westdeutsche, sind alles Westdeutsche. Bisher könnten wegen einer Regelungslücke nicht alle Taten effizient verfolgt werden, liest man in der LVZ. Genaueres soll auch auf der Konferenz der Landesjustizminister besprochen werden. Die startet aber leider erst am 5. Juni und damit wohl deutlich zu spät für den Wahlkampf um die kommunalen Posten, die in vielen Bundesländern zusammen mit der Europawahl am 9. Juni stattfinden. Mal wieder zu wenig, zu spät. Ich finde, wir müssen uns schon fragen, warum erst jetzt so langsam zaghaft gehandelt wird. Die Entwicklung, die war doch abzusehen. Es war doch eben nicht einfach nur ein trauriger Einzelfall in Dresden. Oder wie der linke Aktivist Jakob Springfeld in einem Interview gesagt hat, das ist brutale Normalität im Osten. Die Neonazi-Partei Dritter Weg hatte vor der Bundestagswahl 2021 in Zwickau... Rechte Landnahme. Das ist mehr als nur rechte Landnahme. Das kumuliert ja alles in einem. Du hast sowieso ein höheres, ein erhöhtes Maß an rechtem Denken, seitdem die Mauer gefallen ist, weil direkt nach Mauerfall hatten wir einen Zuzug westdeutscher Rechtsextremisten nach Ostdeutschland. Direkt. Das wird direkt geklippt. Ja, lass den noch klippen. Twewe existiert auf Twitter. Und Twewe hat ganz viele ziemlich geile Tankies in seinem Twitter-Kreis. Und die machen sich alle so ein bisschen über mich lustig, weil sie sagen, der trägt aber auch Jordan und so. Also teilweise. Ich krieg das ja mit. Ich find das aber süß und lustig. Und da muss das natürlich geklippt und geteilt werden. Ich hab letztens... Ich hab letztens einen Tweet gelesen, in dem er zugeschickt worden ist, wo Twewe geschrieben hat, dass er sich meine Streams anguckt, um mich zu widerlegen. Und ich so, oh mir... Oh mir, gerade du hast, glaube ich, größere Probleme in Deutschland und vor allem in dieser Influencer-Welt als mich zu widerlegen. Aber ist in Ordnung. Ich komm damit gut klar. Ich find ihn jedenfalls sehr sympathisch. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Ich mag den sehr gerne, den kleinen Bäcker. Was ich sagen wollte ist, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre hat das schon angefangen mit westdeutschen Rechtsextremisten, die nach Ostdeutschland gezogen sind. Und dann hat sich ein Nährboden dort aufgebaut. Und dieser Nährboden hat nicht nur dafür gesorgt, dass immer mehr westdeutsche Rechtsextremisten in den ostdeutschen Ländern ihre neue Heimat gesucht und gefunden haben, sondern dass alle fucking stabilen Leute, die die Möglichkeit haben, aus dem Osten rausziehen. Keine infrastrukturelle Entwicklung, keine Aussichten auf ein zufriedenes Leben. Wir haben immer noch Unterschiede in den Lebensrealitäten zwischen Ost- und Westdeutschland. Und Ostdeutschland ist am Ende des Tages nichts weiter, als so ein stiefmütterlich zu behandeln, das westdeutsches Scheißkind mit dem gemacht werden konnte, was man will. Es ist hochgradig unfair, ungerecht und unmenschlich, was Helmut Kohl oder was unter Helmut Kohl mit Ostdeutschland gemacht worden ist. Dass du mich Bäcker genannt hast, ist trotzdem vielleicht Konditor. Konditormeister. Ich nenne dich jetzt nur noch Konditormeister. Mein kleiner sozialistischer Konditoreimeister. Oder muss ich Meisterin sagen. Also Entschuldigung, angenommen, mein Freund ist immer noch sauer auf dich. Jetzt musst du mir sagen, welcher Freund immer noch sauer ist. Und dann soll der mal hier hinkommen und dann trinken wir gemeinsam Slimovitz und dann knallen wir das beiseite. Es gibt wirklich nicht viele Leute, die vernünftig radikalisieren. Da müssen wir uns nicht gegenseitig boxen. Auf Plakate mit der Aufschrift hängt die Grünen angebracht. Es ist überhaupt nichts Neues, dass Mitglieder demokratischer Parteien Angst haben müssen, wenn sie sich im Wahlkampf engagieren. Ich gucke gerade auf 160p, weil es sonst nur am Buffen ist. Jetzt, ich wollte schon immer mal Leute hören, die auf 160p gucken. Kann man da immer noch vernünftig masturbieren bei 160p? Oder wird es schon schwierig? Ich muss gerade mal gucken. Tut einfach mal so, als würde ich gerade überlegen. Wartet mal. Wir müssen das für neue ZuschauerInnen so machen, dass ich überlege. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, ich habe leider keine Antwort gefunden, aber manchmal tut es ja auch gut, einfach nur über Dinge nachzudenken. Also wir, gerade wir Theoretiker, wir müssen ja, wir müssen uns oftmals auch mal zwei, drei oder auch mal eine vierte Minute Zeit nehmen, um unsere eigenen Gedanken zu reflektieren und dann voller Energie weiter voranzuschreiten. Leute, kann es sein, dass wir extrem träge sind, bis wir uns dann irgendwann mal eingestehen, dass wir tätig werden müssen? Wie viel müssen wir als Gesellschaft eigentlich uns gefallen lassen? Ernste Frage an Dekalent und den Chat. T oder A? Ich finde, also ganz ehrlich, persönlich, wenn ich keinen öffentlichen Auftritt hätte, würde ich auch Anarchist sein. Aber dadurch, dass ich einen öffentlichen Auftritt habe und mich so ein bisschen mehr mit den Lebensrealitäten auch anderer Menschen auseinandersetzen muss, finde ich den Tanki-Ansatz doch interessanter. Weil es ja darum geht, Probleme zu lösen und nicht einfach nur die Verantwortung wegzuschieben und zu sagen, eigenverantwortlich wird das bestimmt irgendwann klappen. Bis sich jemand mal dazu durchringt, Veränderungen anzukurbeln. Das sogenannte Super-Wahljahr geht ja jetzt erst so langsam los und wir rennen jetzt schon von einem traurigen Höhepunkt zum nächsten. Und wenn da mal ein Fall bekannt wird, wie der Angriff auf Matthias Ecke, dann fokussiert sich die mediale Wahrnehmung mal so für ein paar Tage darauf und dann kommt schon wieder das nächste Thema um die Ecke. Ja, so, als wären wir alle kleinen ADHS-Eichhörnchen ständig auf der Suche nach der nächsten Empörungsnuss. Ich würde mir einfach wünschen, wenn wir öfter mal einen Schritt zurücktreten und dann mal die Großen zusammen... Mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Welche Partei empfiehlt die Rote Sonne nochmal? Ich würde die Linke empfehlen. ... in den Blick nehmen. Klar, wir wissen über den aktuellen Fall jetzt noch nicht alles, aber ich finde, dass wir trotzdem ein paar Zusammenhänge beschreiben können. Die Gewalt gegen Politiker nimmt zu. Vor allen Dingen auch im kommunalen Raum, wo es schwere ist, umfassend Schutz zu bieten. Die Täter dringen immer wieder... Dankeschön für 2600 Bits, was glaube ich viel Geld ist. Aber ich weiß es nicht, weil ich keine Bits... weil ich keine Bits... also ich kenne Bits nicht. ...bewusst auch in die Privatsphäre von Politikern ein, was nachvoll... Er hat Safecall irgendwo eine Kreditkarte gerippt, der Homie. Entweder ist das... entweder hat der ein Startup-Unternehmen, ist dick in Krypto drin und hat jetzt ein schlechtes Gewissen oder er hat halt irgend so einem reichen Pisser eine Kreditkarte gerippt. Aber egal, egal was, du bist hier willkommen, mein Freund. Du bist hier herzlich willkommen. Herzlichst willkommen. ...vollziehbare Ängste auslöst, auch bei den jeweiligen Familien oder um die jeweiligen Familien. Und man wird so ein bisschen desensibilisiert, man sieht gar nicht mehr, was das für eine krasse Grenzüberschreitung ist. Wenn jemand einem Politiker an einem Wahlstand mal ordentlich die Meinung geigt, dann müssen das Mandatsträger aushalten. Keine Frage. Aber schon bei Beleidigungen und verbalen Attacken wird ganz eindeutig eine... Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, dass man als Politiker sehr wohl Meinungen aushalten muss, aber nicht vom deutschen Volk. Ganz ehrlich, wenn so ein politikverdrossener Pisser auf mich zukommen würde, um mir mal ordentlich die Meinung zu geigen, ich kriege das ja hier nur auf Twitch mit, dann würde ich auch, dann würde es halt Schellen regnen. Also ganz ehrlich, ich würde dann halt, wenn der zu mir kann sagen, sie sind ein Volksverräter, was sie da machen mit dem Heizungsgesetz, das geht ja überhaupt gar nicht. Wie soll ich eigentlich mit meinem Verbrennermotor machen? 20, 35, wie stellen Sie sich das vor? Ich würde dann halt direkt, direkt auf Intensiv treten, ey, sofort. Grenze überschritten. Wann haben wir... Oder ich würde mit dem Rauchen aufhören und dann wie Kevin Kühnert einfach sagen, weißt du was, komm, scheiß einfach drauf. Gibt es irgendwo einen Beraterjob? Gibt es irgendwo einen Beraterjob? Irgendwo? Gibt es irgendeine Firma, die mich will? Wir haben angefangen, das zu akzeptieren. Und das ist, Leute, was Polarisierung, was Kulturkampf aus politischer Kultur macht. Wir sehen hier, wie es langsam immer weiter abgleitet. Mit welcher Hand würdest du den klatschen? Das ist eine gute Frage. Ich würde die Linke empfehlen. Die ständige Lagerlogik von wir gegen die führt zu einer Selbstermächtigung nach dem Motto, ich stehe auf der richtigen Seite. Die andere ist absolut falsch. Deshalb muss sie bekämpft werden. Identitätspolitik ist immer absolut schwarz oder weiß, gut und böse. Graufstufen gibt es nicht. Und darin liegt die Gefahr. Wir haben das schon ausführlich und oft besprochen, Leute. Ich verlinke euch dazu mal was unten. Und wie wir hier ja auch in Zahlen sehen, das gilt sowohl für die extremen Linke, wie auch die extremen Rechte-Bubble. Und die sind genau gleich schlimm, weil wie wir alle wissen, Faschisten aufhalten ist in Deutschland schon immer etwas gewesen, wo man vorsichtig sein muss. Ein persönlicher Kampf gegen den politischen Gegner delegitimiert sich aber von selbst. Du wirst zu dem, was du zu bekämpfen versuchst. Und ich möchte das nochmal betonen. Mir geht's... Was? Du wirst zum Faschisten, wenn du versuchst, den Faschismus zu bekämpfen? Nee, Digi. Nee. Nee, 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 Digi. Kannst du nicht bringen. Jetzt hier nicht um betrunkene Jugendliche, die mit einem Edding in der Tasche Hitler-Bärtchen auf Wahlplakate... Mein Freund, der in der Beziehung Sozialismus-Stalin-Gulag gesagt hat und ich dann anscheinend radikalisiert wurde. Und Kritik an deinen Positionen habe ich trotzdem und das würde ich, denke ich, so bleiben. Auch wenn ich meine Position in den letzten zwei Jahren nochmal grundlegend überworfen habe. Ja, aber ganz ehrlich, der letzte Teil juckt mich ja auch überhaupt gar nicht. Hauptsache, du hältst wie alle anderen brav die Fresse. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und dein Freund, der Sozialismus-Stalin-Gulag gesagt hat und dich dann radikalisiert hat, ist ein Ehrenmensch. Es sollten viel mehr junge Menschen die Worte Sozialismus-Stalin-Gulag hören und sich dann dadurch radikalisieren und diesen ganzen neoliberalen Schwachsinn ablehnen. Und zwar im Kern und im Geiste und radikal. Oder Pimmel auf Pimmelgesichtern. Was waren das für ruhige Zeiten, als das das größte Problem im Wahlkampf... Ich meine, am Ende des Tages ist es ja relativ scheißegal, ob mich Leute auch aus den eigenen Reihen kritisieren. Das können die ja zu Hause machen. Aber ich habe dann hoffentlich genug, die darauf achten, dass das öffentlich nicht passiert. Also wenn ihr Freunde, Freundinnen, Bekannte, Arbeitskollegen habt, wo ihr mitbekommt, dass die rote Sonne kritisiert wird, dann gebt das ruhig an die Parteispitze weiter. Und was mich echt auch schockiert hat, ist, dass die vier Jungs zwischen 17 und 18 Jahren alt waren. Ich meine, was ist da schiefgelaufen? Offenbar handelt es sich um Jugendliche mit rechtsextremer Gesinnung. Und da fragt man sich, kommen jetzt diese Baseball-Schlägerjahre zurück? Und diese Taten, die haben einen schlimmen Effekt auf die Opfer, aber sie haben auch einen Effekt auf die Gesellschaft selbst, auf andere Akteure. Sie wollen sie verstummen lassen. Sie sollen sich aus Angst zurückziehen, ihr Engagement für die Demokratie aufgeben. Die Täter aber. Wie gehe ich am besten mit dem sturköpfigen neoliberalen Sohn eines Unternehmers um in meiner Schulklasse? Keine Ahnung, mobbt den halt einfach. Was soll ich dir da sagen? Also ich, grundsätzlich, ey, grundsätzlich kannst du da nicht viel machen. Wenn du so einen neoliberalen Unternehmersohn in der Klasse hast, dann ist das eigentlich immer ganz vorteilhaft, sich mit dem anzufreunden, weil dann gibt es in den Ferien halt immer ordentlich Skiurlaub auf Kosten von Papi, ne? Ich hatte auch so einen Ärztesohn in der Klasse und die hatten Skihütten überall. Und da hatten wir immer Mordsgaudi. Also war mega geil. Die haben erst gewonnen. Und Schulzeit würde ich mir gar keine großen Gedanken drüber machen. Also Real Talk, ne? Wenn ihr, also dank TikTok habe ich ja jetzt immer mehr junge Menschen auch hier. Wenn ihr noch zur Schule geht, macht euch bitte keine Gedanken um irgendwas während der Schulzeit. Ihr kommt da schneller raus, als ihr denkt und dann spielt das alles keine Rolle mehr. Und ihr habt mit den ganzen Trotteln auch nichts mehr zu tun. Ihr habt auch mit den, also wenn ihr denkt, ihr seid für immer befreundet oder verfeindet, Alter, mach mal zwei Wochen Schulabschluss und denkt dann nochmal drüber nach. Das ist ja komplett am Arsch. Habt ja gar nichts mehr mit zu tun. Wenn sie dieses Ziel erreicht haben, lasst sie nicht gewinnen. Und hoffentlich setzt sich jetzt mal die Erkenntnis. In der Schulzeit war ich ein FDP-Hurensohn. In meiner Schulzeit war ich nur ein Hurensohn. Das ist durch, dass wir mittlerweile ein großes Problem haben. Auch durch Ignoranz entstanden, weil wir immer wieder weggucken, wenn sowas passiert. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass sich jetzt zeigt, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Dass wir auf die Straße gehen und sagen, wir wollen unsere Demokratie verteidigen. Und wenn das nicht passiert, dann wenigstens, dass mehr Menschen zur Wahl gehen. Und damit klar machen, dass ihnen die Demokratie etwas bedeutet. Denn in einer Demokratie geht das alle was an. Mitmachen, engagieren, Kommunalpolitik mitgestalten. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Ortsverbände, von welcher Partei auch immer, gerade sich über jede helfende Hand freuen. Und was ich auch nochmal betonen will. Ich finde es echt krass, dass so viele Politiker aller Parteien den Hass aushalten und einfach weitermachen. Das ist ein ausgestreckter Mittelfinger in das Gesicht derer, die sich mit Gewalt durchsetzen wollen. Die, die weitermachen, die, die unsere Demokratie am Laufen halten, die verdienen unseren größten Respekt. An dieser Stelle, danke euch. Ja, und danke an die Antifa übrigens, weil die halten unsere Demokratie am Laufen. Die werden nicht zu Faschisten, wenn sie Faschisten abhalten von Faschistenscheiß, sondern die schützen das Wenige, was wir an Demokratie noch in Deutschland haben. Wählen gehen und sich dann ficken lassen oder nicht wählen und sich dann ficken lassen. Du hast die Wahl. Rito ist derzeit in einer sehr verständlichen Phase. Rito ist ja nicht nur mein Freund, sondern ich habe ja weit mehr als freundschaftliche Gefühle für ihn. Weit mehr. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass ich ihn wahrscheinlich zur Wahlurne prügeln muss, verbal. Weil dieses Gefühl, dass Wählen scheiße ist, ich glaube, das wird auch immer schlimmer. Ich glaube, das wird immer schlimmer. Ist das so eine linke Pubertät? Ich bin 35, also ich würde nicht sagen, dass ich in der Pubertät bin. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, warum sollte man überhaupt wählen gehen? Also parlamentarische Demokratie, warum sollte man wählen gehen? Also was ist der Grund? Und ich muss mich immer an diesen einen Gedanken klammern, wo ich mir dann denke, wenn wir Linken, ob parlamentarisch, demokratisch, Ablehnung, Ablehnungsauslebend oder nicht, wenn wir nicht die Linkspartei wählen, dann enden wir wirklich mit einem Bundestag, wo die Grünen die linkeste Partei sind. Und wenn wir da sind, dann können wir wirklich sagen, zum Glück ist Marihuana legal. Und dann kämpfe ich nur noch für die Legalisierung aller Drogen, weil dann wird Marihuana alleine nicht mehr ausreichen. Dann musst du dir Crystal, dann musst du Crystal durch die Glühbirne rauchen, um das irgendwie auszuhalten, die paar Jahre, die wir dann noch haben. Und vor allem brauchst du dann auch richtig harten Scheiß, um das irgendwie zu vergessen, dass an den EU-Außengrenzen täglich hunderttausende Menschen erschossen werden. Potenziell. Fentanüs vom Frühstück. Und deswegen denke ich mir, gut, dann doch lieber, dann doch lieber noch wählen gehen. Ey, nobody. Ey, es kann auch sein, dass der einfach, dass der so, dass der Twitch einfach geknackt hat. Kann auch sein. Wäre aber auch schön. Nehme ich auch. Schmeckt auch. So, das war sie mal wieder. Die depressive Tagesschau für alle, die im Alltag noch nicht genug Ärger haben. Aber ich sage es euch. Irgendwann kommt zur Entspannung der Ausgleich in Form einer phänomenal schönen und entspannten Burg-Doku. Nicht wahr, MDR? Ja. Und bis dahin abonniert gerne diesen Kanal hier und wie immer geht's, teilt das Video. Volt sagt auch, Europa muss mehr zusammenwachsen. Ja, aber was Volt damit meint, ist, dass wir die Festung Europa einfach mit Panzern verteidigen. Die EU der Zeit ist ja nichts anderes als etwas, das sich verkrampft, daran festklammert, das Kapital in Europa zu schützen. Oder wie Rito sagen würde, wollt mir mal die Eier. Ne? Du kannst mir mal die Eier wollten. Ey, Rito, du glaubst es nicht. Volt, Volt, original haben die das gesagt. Die wollen den Fachkräftemangel in Deutschland lösen, indem sie sowas wie Tinder einführen für Ausländer, wo man dann tindern kann nach den Fachkräften. Da lacht dir dann so ein Marokkaner entgegen und du kannst dann sagen, ja oder nein. Und die sagen, und die nennen, und die nennen, und das wurde von denen, also die haben das gesagt, um sich positiv von den Linken abzusetzen, weil sie echte Problemlösungen für den Fachkräftemangel parat haben. Das musst du dir überlegen. Ich hab schon Voltmitglieder aus Bars gemobbt. Ich weiß, wie verstrahlt die sind. Was anderes kannst du mit denen auch nicht machen. Linke hinsichtlich Außenpolitik leider völlig verschwurbelt. Auch für dich. Gilt, wie für jeden anderen, der das schreibt, außer die es jetzt schreiben, bist du bereit und informiert, das Ganze auch im Diskurs zu verteidigen? Weil ich kenne die Außenpolitik der Linken, ist die Frage, ob du die auch kennst. Weil wenn ja, bin ich an einem Austausch sehr interessiert. Mit Freund und Feind. Und falls ihr nochmal eine kleine Erinnerungsaufrischung braucht, wieso die Demos für die Demokratie kein AfD-Wähler umstimmen werden, das aber auch überhaupt nicht schlimm ist, dann schaut gerne mal da rein. Und falls euch eher nach Unterhaltung ist. Weil das Ding ist, ich will dir das, also ich lege dir das nicht böse irgendwie. Ich bin dir nicht böse, dass du sowas schreibst, ne? Also ich bin dir überhaupt nicht böse. Ich finde nur, dass wenn man sowas sagt, dann sollte man sich auch informiert haben. Im besten Fall. Oder aber, oder aber man sollte einsehen, dass das vielleicht doch nicht so eine informierte Meinung ist, wie man glaubt. Und dann ist es doch ein guter Zeitpunkt, das Ganze vielleicht in Frage zu stellen. Und sich da nochmal zu informieren. Weil gerade wenn du sagst, dass die Linke verschwurbelt ist, dann, dann werde ich hellhörig. Weil verschwurbelt ist da überhaupt nichts. Verschwurbelt ist da das komplett falsche Wort. Man kann über den einen oder anderen Punkt sehr gut debattieren, wenn man sich anhand dieser sehr plumpen und undifferenzierten Antworten in so einem Wahl-O-Maten orientiert, ohne die Begründung gelesen zu haben. Aber verschwurbelt ist da relativ wenig. Das ist alles fundiert. Und ich kann das auch verargumentieren. Jetzt ist die Frage, ob du das auch kannst. Das ist die Frage, ob du das auch kannst.